hallo heute 50 mm 1.0 an der xt4 und zwar bin ich hier in blossenberg und genau jetzt hat sich der tag schon gelohnt weil der bärloch blüht und das war eigentlich auch das warum ich her gekommen bin und jetzt wollte ich mal ein paar bilder machen so wollen wir mal ein bisschen knipsen ist mir vielleicht doch ein bisschen zu warm auf alle fälle ist das blender 1 0 640 wieso 160 fotografieren tue ich heute in classic neck gehen wir mal weiter der duft vom bärlauch extrem richtig richtig cool alles unscharf ich versuche hier mal diesen trockenen ast der mitten in dem bärloch liegt ja dann habe ich ja mal blender 1 8 jetzt vorgelaufen wird mit ein bisschen schärfe drin geht weiter weiter geht's oh cool ich könnte man auch was machen ich könnte vielleicht sogar ein bisschen heller sein ich könnte vielleicht sogar ein bisschen heller sein so weiter geht's was man noch wissen sollte das ist eine einstellgrenze die ist 70 zentimeter so jetzt habe ich mal wieder auf 1 0 fotografiert und da ist die tiefen schon so gering das ist wirklich nur ein ganz kleiner teil scharf das ist schon nicht wahnsinn das gefällt mir gut jetzt haben wir hier ich muss mal gucken ich glaube hier macht hier müssen die flucht mit dem baum stamm zack zack boom bang 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 yippie gehen wir mal weiter bilderblende die alle ein ich glaube es wäre schön wenn die sonne scheinen würde und dann durchs blätterdach das hätte bestimmt flair das ist schön scharf ist es scharf ist es ist auch schön da hinten scheint man sieht man die sonne vielleicht kommt die jetzt mal bald hier rum jetzt kommt er jetzt kommt die sonne yippie 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 jetzt ist es schon wieder weg schade naja wir haben zeit ne wir haben zeit ich bin es wir gehen mal ein bisschen weiter ja guck mal herrlich 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 aber ich wünsche mir die sonne ein wenig weiß auch nicht ich glaube hier hört es dann auch schon auf vielleicht gehen wir noch mal woanders hin es gibt noch eine stelle wo mehrlauf wächst und blüht ich glaube das machen aber ich habe immer noch die hoffnung ich glaube das ist auch noch was ich glaube das ist auch noch was ich glaube das ist auch noch was jetzt gehen wir doch zurück ich melde mich dann nochmal ein und hier schaut mal die sonnenschein die sonnenschein ich wollte gerade gehen aber ich habe noch ganz viele bilder gemacht die habt ihr ja schon gesehen weil die kommen sind ja davor schon im video aber jetzt hätte ich überlegt da hinten hinzugehen aber jetzt scheint hier die sonne vielleicht noch ein bisschen mal schauen frühling frühling ist immer sehr schön schöner ausblick so nice so wir sind auf dem weg zur anderen stelle das video nicht so lang machen ja diesmal gibt es viele fotos wenig gelaber ist ja auch mal ganz nett sind nicht immer ständig labern 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 hier ist der weg versperrt vom letzten wind sturm schaden oh ja ja so hier ist der andere ist das nicht herrlich mit dem licht hier könnte man einfach nur sitzen und gucken das ist auch schon reicht schon eigentlich schon aus ja ja mal schauen ein paar bilder machen können bestimmt ich habe mir schon mal gar nicht das ist oft so ne da meint man man hätte etwas das ist schön blende 1 4 das ist natürlich für sowas eigentlich überhaupt nichts aber es macht das sieht so schön aus könnte man die ganze zeit hier bleibt wenn der 1 6 war das jetzt gerade die noch mal ein stück höher ohne hier ist ja auch was schönes das sieht ja auch cool aus ja so ist besser so das ist mir gefallen müssen weitergehen ich mag nichts sagen nur genießen ich finde es schön aber ich mache jetzt hier nur 2-3 bilder und dann das feiern für heute so so ich hoffe es hat euch gefallen wünsche euch einen schönen abend schönen tag keine ahnung wann ihr das schaut und demnächst folgt ein neues video aber ich weiß noch nicht wo urlaub und mit keine ahnung irgendwas wird schon kommen alles klar Tschüssi